PING FLUFFY UNICORN STANDS IN ON RAINBOWS PING FLUFFY Ich bin bei Spielereinrichtung PING FLUFFY UNICORN STANDS IN ON RAINBOWS JETZT AUCH SO JA NEIN DU WÄNNN NECKT VERFAHR Du bist so ein Pisser Ich geb dir nen Tipp Wow 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 Ähm Mark Haha Wie du einfach weiter gerannt bist Es weint nichts Was Ja dann musst du ein bisschen anstrecken Ja boi MAN Ich hatte den grad voll im Visier Ja dann schieß da wenn du den im Visier hast Ja wollte ich ja gerade Und in dem Moment als ich grad auf die Maus drücken wollte Hi Hi Die Fresse Ich mit rechter Mausklass Ich mach das auf der Marco redet wieder mit sich selber Hähn? Er redet mit seinem Bruder Nein Er ist sein Bruder Weil ich vom selben Pfad Hähn Da hat der Alan Dich selber Geflasht Oh Du hast doch winzig Alter Ist es dein Ernst? Ja das wusste ich nicht Das tut mir ein Du bist so ein Arschloch Ja hätt ich dich aber vorhin schon gekillt wo du gesagt hast Dass ich dich getroffen hab Und wo ich dich nicht getroffen hab ganz sicher Alter ich treff euch nicht mehr Was? Was? Was!? was soll das denn jetzt lol Alter was war gerade los Ja Mark Ja ich kenne dich auch wenn du mich abschießt ich stehe nicht wohl eigentlich eh plus Alan Entschuldigung Mark jetzt müssen wir beide noch einmal eilen, dass es wieder färscht Warum voll? Weil ich immer denke, ich bin Alan, weil der hat's verdient Na guck er schon auf den scheiß Namen, du Lutscher Das geht ja nicht aus der Ferne Natürlich Oh, das war voll der Assessin Oh, schau dir den an, den hättest du dir anschauen müssen Paulus Kalbzahn Verpiss dich, du Wichser Achtung, eigentlich Aufklärungsdrohne gesichtet Entschuldigung Mark Ja, fick dich doch mit der Entschuldigung, Alter Ich sterbe in der Hölle, du Wichser Oh scheiße, das war nicht mehr Paul Tut mir leid Ich werde nie wieder irgendwas machen Geh verrecken, Alter Oh man Mark, ich bin hinter dir Alter Mark, jetzt übertreibst du aber Was übertreibst du? Alter, ohne Spaß Ich kick dich gleich von dem Server, du Wichser Was ist los mit dir? Was ist denn? Ich bin auf den Sack Weil ich erst zweimal erschießen mit dem Auge Ich dachte, du wärst die Ellen Und dann aufreg, wenn ich dich töte Du hast Pinkvorteil Du hast Pinkvorteil Boah, ich mach grad voll die Assessin kill Zieh dir das mal rein Friss die Nate Friss die Nate Alter Mark Wie ich immer von oben euch abknallt So ihr lieben random Menschen Fast ein Monat ist es ja jetzt her, dass ich keine Videos mehr uploaden konnte Das hing mit verschiedenen Problemen zusammen Die kann man aber alle auf meiner Facebook Fanpage, die unten verlinkt ist, nachlesen Zum Beispiel war meine Festplatte kaputt und dann mein Headstyle und so weiter und so fort Und ja, jetzt kam aber diese kleine Fanpage Und demnächst kommen auch wieder mehr Videos Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt Könnt ihr diesen roten Knopf drücken Also nicht der, wo dann die Welt explodiert Sondern da, wo er abonnieren draufsteht Genau Und ja, vielleicht auch den Like-Button Den Like-Button Das würde mich sehr freuen Und höchstwahrscheinlich auch unterstützen Und deswegen, ja, bis zum nächsten Mal Hutsarain